Freunde, ich hab da was für euch. Am 1. März hat Samsung neben dem normalen Galaxy S6 auch noch eine Version mit zwei abgerundeten Kanten vorgestellt und dieser Version den Namen Galaxy S6 Edge verpasst. Obwohl beide Smartphones auf dem Datenblatt nur sehr kleine Unterschiede aufweisen, gibt es hier und da noch ein paar Dinge, in denen sie sich wirklich unterscheiden. Den größten Unterschied finden wir beim Display und ich spreche dabei nicht mal davon, dass es beim S6 Edge beidseitig gewölbt ist. In diesem Video möchte ich euch also die Frage beantworten, ob sich die 150 Euro Aufpreis für das Edge lohnen oder ob ihr vielleicht mit dem normalen S6 besser fahrt. Damit starten wir jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß. Bevor wir hier aber so richtig loslegen, geht noch ein riesiges Dankeschön an Sparhandy raus, die mir das S6 für die Tests zur Verfügung gestellt haben. Vielen Dank. Okay, dann lasst uns doch einfach mal kurz die wichtigsten Specs durchgehen und dann gibt es ein paar Worte zu den Unterschieden. Der Grundaufbau ist bei beiden Smartphones gleich. Sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite verbaut Samsung Gorilla Glass 4, das glatt und ohne spitze Kanten in einen Metallrahmen übergeht. Es fühlt sich gut an und die Verarbeitung ist bei beiden Smartphones makellos. Durch das gewölbte Display ergibt sich allerdings, dass der Metallrahmen des Galaxy S6 Edge an der linken und rechten Seite nur ca. 3 mm dick ist und es ist damit zwar nicht unbedingt schlecht, aber vor allem nicht so gut und so sicher in der Hand wie das normale S6. Dort ist der Rahmen rundherum 6,8 mm dick und sorgt dafür, dass es sich wirklich gut greifen lässt. An den Stellen, an denen das Edge nicht gewölbt ist, also oben und unten, ist es dann aber 7 mm dick, also alles gut. Mit 143,4 x 70,5 mm ist das S6 außerdem ein kleines bisschen höher und breiter als das Edge, das mit 142,1 x 70,1 mm zu euch nach Hause kommt, wenn ihr denn Bock auf das Teil habt. Mit 138 Gramm wiegt das S6 genau 6 Gramm mehr, ich behaupte aber mal, dass man das im Alltag nicht wirklich wahrnimmt. Das Gewicht gibt beiden Smartphones eine gewisse Wertigkeit, ohne dabei zu schwer in der Hand zu liegen, hier passt also alles. Neben der geringeren Dicke an beiden Seiten des Edges ergibt sich aber noch ein Unterschied, den Samsung aber gut gelöst hat, ich quatsche von den Anschlüssen. Mit dem kleinen Unterschied, dass die Kamera beim S6 ein ganz kleines bisschen, wirklich ein ganz kleines bisschen weiter heraus steht, das fällt im Alltag aber mal so gar nicht auf, sind die Rückseite und auch die Front komplett gleich. Ein Blick auf die Oberseite zeigt dann aber, dass sich da ein bisschen was getan hat. Bei beiden finden wir oben und an gleicher Stelle den Infrarotsensor, an veränderter Position ein Sekundärmikrofon und beim S6 Edge auch noch den Slot für die Nano-SIM, der wohl nicht mehr an die schlanke rechte Seite neben den Ein-Aus-Power-Button gepasst hat. Genau dort, gleich unterhalb der Ein-Aus-Power-Taste, finden wir ihn beim S6 nämlich. Natürlich braucht auch das S6 eine Nano-SIM, da gibt es also keine Unterschiede. Unten und auf der linken Seite gibt es dann aber bei beiden Smartphones keine Unterschiede mehr, da liegen der 3,5mm Klinkenstecker, der Micro-USB-Anschluss, das Hauptmikrofon und der Lautsprecher und dann bleibt noch die linke Seite und dort finden sich die zwei Tasten zur Lautstärkeregelung. Bevor wir zum auffälligsten Unterschied gehen, dem Display, zeige ich euch noch kurz, was wir ober und unterhalb des guten Stücks sehen. Das sind einmal die Benachrichtigungs-LED, Licht- und Annäherungssensor, Hörmuschel, Samsung-Branding und die 5 Megapixel-Frontkamera, und dann gibt es natürlich unterhalb des Displays noch die Tasten zur Steuerung. Multitasking und zurück sind zwei touch-sensitive Tasten und in der Mitte gibt es dann noch den physischen Home-Button, in dem auch noch ein Fingerabdrucksensor sitzt. Der funktioniert bei beiden Geräten gleich schnell und auch gleich zuverlässig, da gibt es also natürlich keine Unterschiede. So, und jetzt ist es soweit, wir kommen zum Display. Samsung verbaut in beiden Geräten ein 5,1 Zoll großes QHD Super AMOLED-Panel, dessen 2560x1440 Pixel satte 577 Pixel per Inch bieten. Was auf den ersten Blick komplett gleich klingt, entspricht in der Praxis nicht ganz so der Wahrheit, denn sieht man mal von den zwei Wölbungen ab, ist das Panel des S6 auch besser. Es bietet nicht nur einen deutlich besseren Weißwert, beim Edge verläuft das Weiß nämlich ziemlich ins Graue, sondern es ist auch noch insgesamt heller. Das ist eine Sache, die zwar nur im direkten Vergleich auffällt, aber da es in diesem Video ja genau darum geht, bin ich natürlich in der Pflicht, euch das zu sagen. Nichtsdestotrotz ist das Display des Edge aber wirklich gut, bietet eine unglaubliche Schärfe und auch tolle Kontraste. Die Blickwinkel sind bei beiden Smartphones gut und auch die Kontraste sind wirklich in den Unterschieden nicht zu erkennen. Dann gibt es natürlich noch die Blickwinkel und die sind bei beiden Smartphones gut. Eine Sache ist beim Edge dann aber doch sehr schön, denn ich liebe es über die abgerundeten Ecken zu rutschen, das fühlt sich einfach echt gut an und kann einem auch mal zwei Minuten Langeweile vertreiben. All die Pixel müssen natürlich auch irgendwie rumgeschubst werden und dafür sorgt der Samsung hauseigene Exynos 7240 Octa-Core Prozessor. Dieser besteht aus 4, 2,1 und 4 auf 1,5 GHz getakteten Kernen und zusätzlich kommen beide Smartphones mit 3 GB RAM. Sie laufen unglaublich schnell und flüssig, Ruckler sind mir so fast gar nicht aufgefallen und wenn, dann merkt man sie nicht, also sie stören nicht. Wirkliche Unterschiede konnte ich bei beiden Smartphones in der Performance aber nicht erkennen. Und der Vollständigkeit halber zähle ich hier jetzt auch nochmal auf, dass beide Smartphones mit LTE Category 6 kommen, WLAN 802.11 A, B, G, N und AC Standard, Bluetooth 4.1, NFC und einem gleich zuverlässigen Hardrate Sensor. Der kann nicht nur den Puls messen, sondern auch euren Stresslevel und auch noch die Sauerstoffsättigung bestimmen. Beide Smartphones bekommen eine 16 Megapixel Hauptkamera mit f1,9 Blende, optischer Bildstabilisierung und 4K Video spendiert. Auch da konnte ich keinen großen Unterschied feststellen. Wozu es allerdings noch zu früh ist, ist das Urteil über die Akkulaufzeit. Auch wenn der Akku das Edge mit 2600 mAh 50 mAh mehr zu bieten hat, muss er erst einmal einige Tage benutzt und natürlich wieder aufgeladen werden, um die volle Power zu entfalten. Mein abschließendes Fazit dazu gibt es dann natürlich in meinem ausführlichen Akku-Check, den ich euch in die Beschreibung packe, sobald ich ihn durchgeführt habe. Also einfach immer wieder vorbeischauen und dann wisst ihr Bescheid. So Freunde, es wird Zeit für ein Fazit und die abschließenden Worte. Wer es ganz kurz haben möchte, für mich ist das Galaxy S6 das bessere Smartphone. Es lässt sich besser greifen, hat das bessere Display und ist zudem günstiger. Beide Smartphones kommen in vier unterschiedlichen Farben, wobei das Edge die, meiner Meinung nach, bessere Exklusivfarbe bekommen hat. Sie nennt sich Emerald Green und ist das Schönste, was ich je an einem Smartphone gesehen habe. Ansonsten kommen beide Galaxies in Weiß, Schwarz und Gold. Das S6 hat dann exklusiv noch einen Hellblau. Für das S6 zahlt man in der günstigsten, also der 32 GB Version, ungefähr 700 Taken. Das ist hier natürlich die unverbindliche Preisempfehlung. Und für jeweils 100 Taken mehr gibt es dann die 64 und die 128 GB Version. Das S6 Edge kostet jeweils 150 Schnitten mehr, startet damit bei 849, wie gesagt UVP, und endet bei 1049 für die 128 GB Version. Ganz wichtig ist hier natürlich, ich habe es zweimal extra betont, dass das die unverbindliche Preisempfehlung ist und sich da auf jeden Fall was tun wird. Schau euch also unbedingt die Links in der Beschreibung an, um den tagesaktuellen und natürlich auch günstigeren Preis dann zu finden. Aber für wen lohnt sich denn das S6 Edge jetzt? Es ist ja schließlich kein schlechtes Smartphone, sondern einfach nur minimal, wirklich minimal weniger gut als das S6. Also, wer ein Smartphone mit wirklich toller Kamera, einer tollen Performance und einem außergewöhnlichen Design sucht, wer etwas haben möchte, das zu 100% die Blicke der Leute auf sich zieht, weil man einfach was Besonderes in der Hand hat, wer zu den ersten gehören möchte, die eine komplett neue und bislang einzigartige Technologie in den Händen halten, und vor allem, wen die 150 Euro mehr absolut nicht jucken, der soll zugreifen. Der bekommt ein hochwertiges Smartphone mit toller Verarbeitung, einem tollen Design und ganz wichtig, einer starken Performance. Dann werden dann natürlich noch die Edge-Features. Ihr könnt fünf Kontakte auswählen und diesen unterschiedliche Farben zuordnen, in denen die Seite im Falle eines Anrufs oder bei Benachrichtigungen dieser Person leuchtet. Das ist wirklich nett, aber an sich auch schon die Hauptfunktion. Ansonsten könnt ihr noch über den Rand wischen und es erscheint eine Nachtuhr, oder ihr könnt den sogenannten Info-Stream durchlaufen lassen. Hier könnt ihr euch dann News oder verpasste Benachrichtigungen anzeigen lassen oder eure Aktien checken. Wer also das Geld locker sitzen hat und sich denkt, dass man das für ein besonderes Smartphone mal hinlegen kann, der soll es sich holen. Alle anderen greifen besser zum Galaxy S6, das nicht nur günstiger ist, sondern auch ein bisschen sicherer in der Hand liegt und das bessere Display bietet. Gut, ich denke, hier gibt es nichts mehr zu sagen, zumindest von meiner Seite. Mich interessiert nämlich jetzt eure Meinung, wer von euch schnappt sich denn das Edge und wer schnappt sich das normale S6? Lasst mich das unbedingt wissen. Ich persönlich würde nämlich zum Galaxy S6 greifen und hiermit mache ich jetzt mal Schluss mit diesem Video. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Tschau. Tschau.